Ja, da haben so mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Zum einen die Euphorie natürlich über den gewonnenen Sieg. Das ein oder andere Bierchen war auch drin. Also das war eher eine spontane Aktion, da war nichts geplant. Und wenn ich es mir im Nachhinein angucke, dann erkenne ich mich da eigentlich auch kaum selbst wieder.